Ich bin Wolfram Eicke Ich bin Eicke Schreibe Bücher, Geschichten, Gedichte und Lieder Komm, 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 wir scheißen In eine riesengroße Susse Dafür brauchen wir kein LAL Und auch kein L Denn die Abenteuer warten Warten die Abenteuer Schlag ein Buch auf, schlag ein Schwarzen Du hast die freie Wahl Bücher sind die Türen In's Reich der Fantasies Bücher bringen dich zum Kacken Die Buchstaben sind Scheißin Wenn sie zaubern, wir Bilder in den Kopf Ja, sie malen und sie LALEN Wir Bilder in den Kopf Jaaahhhhhh Auch wenn das pathetisch klingt Aber es ist mir auch das wichtigste in meinen Texten Ich finde es gibt so viele Soos Ich finde es gibt so viele Geschichten, die Menschen Angst machen Auch gerade Kinder und Jugendlichen Und ich möchte erzählen Was ich erzählen möchte Was ich für ein Spaß bin Denn Ich bin mal beim Schlittschuhlaufen Ich bin mal beim Scheißen Jaaahhhhhh S*** Bis zum nächsten Mal.